Hallo und herzlich willkommen zum 45. Let's Play Bericht. Ich denke mal das Thema, das Finale wartet, sagt schon so einiges aus. Denn genauso wird es sich verhalten, das Finale von Tomb Raider werde ich wahrscheinlich morgen hochladen, denke ich mal zumindest, das wollte ich schon mal sagen. Und auch das Finale von Castlevania Judgment dauert nicht mehr lange, denn ich habe es fertig gerendert und muss beide Projekte nur noch hochladen. Ja, ich dachte mir, ich lasse euch noch ein bisschen zappeln. Übermorgen ist der erste Mal, bedeutet es ist Feiertag, bedeutet quasi, ich kann die letzten Parts von Tomb Raider schon vielleicht heute Nacht oder morgen hochladen. Mal sehen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch schon sehr wie ich da drauf und ein Specialer Abschluss-Special wird wohl auf sich warten lassen müssen, leider. Da ich keine Ahnung habe, wie ich meinen Grabber-Moment zum Laufen bekommen soll und generell nicht wirklich zum Let's Playen komme. Ja, dadurch, dass dadurch wieder zwei Projekte beendet werden, hoffe ich, dass ihr euch demnächst mal meldet, falls ihr denn etwas Neues sehen wollt, beziehungsweise falls ihr es mal für alte Projekte, beziehungsweise auch Amnesia, wo ich schon wieder dran versuchen werde zu arbeiten, mal endlich zu beenden. Ja, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis zum nächsten Video.